Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eternals – The Untold Tales. In der heutigen sagenhaften Episode erleben wir die unglaublichen Kräfte und Kampftechniken der zwei furchterregendsten Krieger der Eternals, Thina und Gilgamesh. Sie leben am kältesten und einsamsten Ort der Welt, der eisigen Antarktis. Thina und Gilgamesh schärfen dort ihre Kampfkünste für den Fall, dass die Deviants jemals zurückkehren. Also, du glaubst, du kannst mich besiegen, Thina? Du weißt, dass ich das kann, Gilgamesh. Ha! Wettest du deine nächste warme Mahlzeit darauf? Mit Freude! Gilgamesh schaltet sein kosmisches Exoskelett ein und Thina aktiviert ihre kosmischen Waffen. Haha, netter Versuch, Thina. Aber nimm das! Sieh nur, ein Deviant! Was? Thina bringt Gilgamesh mit ihrer Waffe zu Fall und gewinnt den Wettkampf. Pech gehabt, alter Freund. Komm, lass uns diese eisige Gegend verlassen. Haha, einverstanden. Und so verlassen die beiden besten Freunde die eisige Antarktis auf der Suche nach wärmeren Gegenden. In der nächsten und letzten Episode von Eternals, die Untold Tales, verabschieden wir uns mit einem Knall. Kingo, der Superstar und Meister der kosmischen Energie, fällt herein auf Sprite, der Meisterin der Illusionen. Untold Tales sind inspiriert von Marvel Studios Eternals. Und Koop-Tinto Verabschied Untertitelung des ZDF, 2020